Willkommen bei Pearl TV. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt beschäftigen wir uns mit den richtig schönen Dingen des Lebens. Nämlich mit dem klassischen Waffel machen, beziehungsweise klassisch Donuts machen. Und nicht nur Donuts, sondern mit unserem Donutmaker, also mit unserer Donutmaschine, können Sie auch gleich drei Sachen machen. Was Sie damit machen können, das zeige ich Ihnen jetzt gleich. Und für mich gibt es ehrlich gesagt nichts Schöneres. Das sind Kindheitserinnerungen pur. Wir haben hier eben ganz kurz mal im Team einmal rumgefragt. Der Geruch von frischen Waffeln, was verbindet ihr damit? Und zum Beispiel unser Herr Regisseur sagte, oh, da habe ich mit meiner Mutter früher Waffeln gebacken. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und genau das können Sie sich jetzt auch nach Hause holen. Allerdings nicht wie früher klassisch mit dem alten Waffeleisen sozusagen, was irgendwie nicht richtig funktioniert hat und wo es dann meistens angebrannt ist und irgendwie komisch gerochen hat, sondern jetzt sozusagen mit modernster Science-Fiction-Technologie können Sie Waffeln herstellen. Hier sind die und die sehen einfach mal richtig lecker aus. Ich kann jetzt nicht widerstehen, ich breche mir mal eine ab. So, und dann reden wir einfach mal weiter. darüber, was Sie damit machen können. Sie sehen, wie schön dick die sind. Das sind keine Labberwaffeln, sondern das ist mal richtig toll. Hier wird der Teich nämlich perfekt verteilt, um überall genau die richtige Dicke zu erreichen. Und wie das funktioniert? Mh, das ist mal richtig lecker. Ich weiß, man soll mit vollem Mund nicht sprechen oder einen Schluck Wasser trinken, damit man flüssiger sprechen kann. Aber das ist mal richtig lecker. Ja, dieses Waffeleisen ist technisch für mich der Oberknaller. Einfach aufmachen. Klassisch einfetten, gucken Sie. Und jetzt den Teich einfüllen. Haben wir hier schon mal vorbereitet. Da erstmal ein ganz, ganz großer Dank ans Team. Denn alleine würde ich jetzt in der Zeit natürlich den Teich nicht noch fertig bekommen. Knapp anderthalb Kellen reichen, um das perfekt zweieinhalb, eineinhalb. Ich würde jetzt mal sagen, naja, gut, wenn ich so immer nur eine Dreiviertelkelle nehme. Zweieinhalb Kellen sollten Sie schon nehmen. Sollte perfekt bedeckt sein. So, hier noch die Ecke zumachen. Und noch einen kleinen Schlag für einen guten Geschmack, wie wir in Hamburg sagen. So. Zack. Teich ist dringend. Und jetzt denken Sie, okay, Waffeleisen kenne ich. Aber zumachen, einrasten und jetzt kommt es, einfach umdrehen. Dadurch verteilt sich der Teich besser. Und das Ganze wird sozusagen perfekt von beiden Seiten zubereitet. Das heißt, die horizontale Achse ist drehbar um 180 Grad. Und hier oben drauf ist eine klassische Leuchteinheit. Grün und darunter steht das schöne Wort Ready. Und wenn die fertig ist, das heißt, wenn die grün leuchtet, dann kann es losgehen. Während jetzt unsere Waffel zubereitet wird, wende ich mich schon mal dem zweiten Gerät zu. Und das ist für mich persönlich der Oberknaller. Wir haben hier ein Gerät, wo Sie drei verschiedene Produkte mit sozusagen machen können. Einmal öffnen und da sehen Sie es. Ich habe schon mal vorgeheizt. Damit können Sie jetzt ganz klassisch diese kleinen Donuts herstellen. Dann könnten Sie, äh, Maffens herstellen, dann könnten Sie mit diesem Aufsatz, nämlich die Donuts herstellen. Einfach oben und unten austauschen. Könnte ich Ihnen jetzt vorführen, dann hätte ich allerdings keine Fingerabdrücke mehr. Denn nur dieser Knopf wird runtergedrückt. Dann können Sie die Einlagen rausnehmen und die anderen Einlagen reinmachen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wofür ist dieses gute Stück, kann ich Ihnen sagen, mein Kollege hat mir den klassischen englischen Namen dazu gesagt, Cake Pop. Ich nenne es einfach mal Schokololli am Stiel. Ganz einfach hier fertig machen, die kleinen Kügelchen. Dann diese Stiele in Schokolade tauchen, damit sie sozusagen klassisch als Kleber innen drin halten, reinstecken und dann wild drauf losdekorieren. Macht ein Heidenspaß und ist wirklich für Kinder das ganz, ganz Tolle. Auch hier einfach ein bisschen einfetten. Machen wir mal. Klassisch natürlich nicht nur unten, sondern auch oben, denn sonst heftet es oben natürlich an. Mit dem Pinsel ein bisschen vorsichtig verteilen. Das kennen Sie vom Modellbau. Ein bisschen Farbe draufbringen. Dann haben wir natürlich hier auch den passenden Teig. Und ein persönlicher Tipp von unserem Redakteur, der das vorbereitet hat. Nicht nur einen Löffel, sondern zwei. Dann können Sie es nämlich besser abstreichen. Denn hier sehen Sie, der Teig hierfür ist natürlich etwas dicker. Einfach knapp so füllen, abstreichen, drei Viertel ungefähr voll machen. So. Und jede einzelne Füllung damit bestreichen. Und schon haben Sie diese kleinen Mini-Muffins. Die sehen Sie da, die sind richtig toll. Und ich weiß genau, während die jetzt zubereitet werden, hier während diese kleine Maschine, dieses Wundergerät, einfach arbeitet, werden wir, das ist natürlich ein bisschen schwierig, so, alles nochmal sauber machen drumherum. Zack. Und die letzten drei machen wir auch noch voll, denn wir sind ein großes Team. Und ich weiß genau, hier sitzen einige im Studio hinter der Kamera, die schon sagen, mh, endlich machen wir mal was Schönes. Klassisch nicht grillen wie gestern, denn wir haben heute Lust auf Süßspeise. Und dann sollen die natürlich Süßspeise auch bekommen. So, jetzt noch hier ein bisschen mehr drauf. So. Dann wieder sauber machen. Zack. Kanten sauber kratzen. So. Rest weg machen. Und Deckel zu. Hier auch mit der klassischen Leuchteinheit. Und so sieht das dann aus, wenn das fertig gemacht ist und wenn das fertig dekoriert ist. Hier habe ich noch ein bisschen Zeit. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Und dementsprechend sind wir heute mal in fröhlicher Geberlaune. Ich gehe mal los. Kommen Sie mal mit. Guten Tag. Kommen Sie mal mit. So. Da gehen wir mal auf den Flur. Und jetzt folgendes. Der junge Mann, von dem ich ihm eben erzählt habe, unser Regisseur, der so ein totaler Waffelfanatiker ist, weil er mit seiner Mama früher immer Waffeln gemacht hat, kriegt jetzt von mir einfach mal die Muffins. Bitte schön. Du musst dich in die Richtung drehen. Da ist die Kamera. So. Das Daria. Bitte schön. Ton kriegt auch noch einen. So. Drei, drei, noch eins, zwei. Bitte schön. So. Sie sehen, damit kann man wirklich selbst große Kinder zum Strahlen bringen. Und das ist das Schöne an eben diesen Geräten. Sie haben damit kompletten Spaß beim Backen und beim Zubereiten. Ganz einfach Deko kaufen. Dann können Sie zum Beispiel hier die Muffins wunderbar dekorieren. Puderzucker drauf. Je nachdem, wie Sie es haben möchten und je nachdem, wie Ihr persönlicher Geschmack ist. Und wenn Sie sehen, da geht der Daumen nach oben, dann liegt das nicht daran, dass ich jetzt plötzlich der tollste Koch der Welt bin, beziehungsweise bei der Muppet Show anfangen könnte und irgendwie permanent sagen würde, ich schmeiße es über die Schulter und kommt alles in die Töpf. Sondern das sind einfach nur diese Geräte. Hier, das Waffeleisen arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und das ist einfach mal toll. Denn wenn Sie diese Dicke und diese Qualität der Waffeln sehen, das ist schon mal richtig professionell. Das sind ganz tolle hergestellte Waffeln. Da könnte ich eigentlich auch im Gastronomiebereich mit anfangen. Denn so sehen Waffeln zum Beispiel im Hotel aus, wenn man die zum Frühstück bestellt. NC 3687 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Wir haben antihaftbeschichtete Backflächen. Das heißt, ganz einfach Ablösen der Waffeln. Und das Ganze mit Leistung, da müssen wir uns nicht verstecken. Ganz klassisch mit dem Schuko-Stecker an der Steckdose festmachen und alles kann losgehen. Das Waffeleisen kommt natürlich innerhalb von 48 Stunden zu Ihnen. Das heißt, wenn Sie jetzt bestellen, jetzt gerade, können Sie am Wochenende dann loslegen. 0180 51 51, dreimal die 2 ist die Nummer unseres Callcenters. Und die wissen Bescheid. Und die haben ja da bekanntermaßen auch Fernseher. Ich kann Ihnen sagen, vielleicht sollte ich nachher in meiner Pause einfach nochmal die Muffins, die wir jetzt machen und die Mini-Donuts mal rüberbringen. Denn ohne die wären wir natürlich hier auch aufgeschmissen. Deswegen erstmal ein ganz großer Dank an euch da drüben. Danke, dass ihr so fleißig seid und immer schön am Telefon freundlich entgegennehmt, was die Leute haben wollen. Und gewährleistet, dass wirklich die Produkte in 48 Stunden da sind. Dann haben wir natürlich auch noch diesen kleinen Freund hier. Und ich gucke mal rein. Ich kann es ja kaum abwarten. Gucken Sie mal, das sieht schon richtig gut aus. Braucht noch ein bisschen. Und dann haben wir ganz tolle Muffins. Die können Sie natürlich im hellen Teich machen oder wie wir vorhin zum Test im dunklen Teich. Damit ist alles möglich. Und speziell die Mini-Donuts. Die finde ich persönlich den Oberknaller. Das ist ja das klassische amerikanische Polizei-Essen. Aber wenn man die in klein macht, dann kann man die natürlich zum Beispiel wunderbar einfach mit in die Dose tun, wenn die Kinder zum Beispiel in die Schule gehen. Das ist nur ein kleines Gimmick nebenher. Bis zu sieben Mini-Donuts. Zwölf von diesen Cake-Pops. Also die Schokolade am Spieß, wie ich das nenne. Oder sieben Cupcakes. Das alles pro Durchgang. Da ist einfach mal richtig Spaß dabei. Da können Sie wunderbar arbeiten. Und jetzt gucken Sie mal, wie unser schöner Andy das einfach mal toll gemacht hat. Also da muss ich mal wirklich sagen, an dem ist mal so ein kleiner, aber doch kleiner Backmeister vorbeigegangen. Also das habe ich nicht ich gemacht, das muss ich ganz ehrlich zugeben, sondern das hat unser Andy gemacht. Das ist richtig toll. Und die Donuts zum Beispiel können Sie natürlich auch Schokolade warm machen in der Pfanne und dann einfach bepinseln. Und schon haben Sie Schokoladen-Donuts oder Puderzucker-Donuts. Ich drehe das mal für die Kamera. Gucken Sie mal. Die sehen doch richtig toll aus. Da könnte ich mit Geld verdienen. Vielleicht sollten wir rüber gehen und drüben in der Poststelle zum Beispiel auch welche verteilen. Ich glaube, wir haben jetzt einfach mal die Möglichkeit zu sagen, so. Hier leuchtet es jetzt langsam, aber sicher, glaube ich, gleich grün. Dann drehen wir es wieder zurück. Öffnen das Waffeleisen und gucken rein und sagen, na, braucht noch zwei Minuten. So, dann geht's los. Hier ist es sehr hell im Studio. Nee, braucht noch ein bisschen. Dann haben wir die Waffeln fertig. Ich gucke nochmal in mein persönliches Lieblingsgrin. Das habe ich mich richtig verliebt. Ho, ho, ho. Die sind mal fertig. Gucken Sie mal, so schnell geht das. Und so schnell haben Sie Muffins. Überlegen Sie mal, ein richtig toller Muffin, der macht auch richtig Spaß. Und der ist einfach mal richtig toll zubereitet, wenn man das richtige Gerät hat. So, jetzt holen wir die da mal vorsichtig raus. Ganz simpel und ganz einfach. Einfach gucken, gucken Sie mal, zack, so simpel gehen die da raus. So, jetzt lassen wir es noch ein bisschen auskühlen, damit wir uns nicht die Fingerchen verbrennen. Und dann können wir die bestreichen. Dann können wir die dekorieren und dann können wir alles damit machen. Die Einsätze sind natürlich, wir sprachen darüber, auswechselbar und somit auch spülmaschinenfest. Das heißt, ich kann ganz einfach entscheiden, so, ich nehme es raus und ich mache es sauber. Wir haben Sicherheitsverschlüsse mit einer Sperrfunktion für Einsätze und Deckel. Hier fällt also nichts raus. Und hier bin ich einfach mal richtig auf der sicheren Seite zu sagen, okay, das funktioniert und das ist mal ganz, ganz klasse. Wir haben über die Einsätze gesprochen. Einfach den Knopf runterdrücken und diese Platte rausnehmen und reinmachen. Da können Sie ganz einfach dann auch wechseln. Jetzt natürlich durchkühlen lassen, weil wenn Sie das jetzt anfangen, wie gesagt, rausnehmen zu wollen, dann wird es ein bisschen warm in den Fingern. Das geht richtig schnell. Einfach nur versuchen, hier oben Rille auf Rille, zack, einrasten und los geht es. So können Sie dann wechseln und können zum Beispiel Mini-Donuts machen. Und Fernsehen ist ja immer ein bisschen blöd. Inga, kannst du mal unseren kleinen Kanadier ins Bild nehmen? Du kennst das ja meistens von euren Polizisten. Probier mal, ist das gut? Einfach nicken, du hast ja kein Mikrofon. Ist das gut oder ist das schlecht? Geht doch, siehst du. So macht man Kinder hier glücklich. Das ist einfach mal toll. Ich finde, hier haben wir jetzt zwei Geräte, die wirklich mal ganz, ganz toll sind. Wir haben eine integrierte Backampel. Die sehen Sie hier oben drauf nochmal für Rot und Grün. Das heißt, das zeigt uns genauestens an, wenn es fertig ist. Deckel aufmachen, durchkühlen lassen und schon haben Sie fertige Muffins. Das ist ganz, ganz toll. Und vor allem für mich wichtig, die Antihaftbeschichtung. Sie haben es eben gesehen mit der Gabe, wie leicht das gute Stück im noch warmen Zustand rausgeht. Das sieht doch toll aus. Das ist mal wirklich ganz klassische Backkunst. Und wenn man dann jetzt anfängt, um zu sagen, so, ich dekoriere hier zum Beispiel mit dem Zuckerguss. Einfach Zuckerguss ansetzen. Das sind die Muffins, die wir gerade verteilt haben. Jetzt überlegen Sie mal, das sieht doch mal richtig toll aus. Das sieht aus wie gekauft. Und da können Sie einfach mit Ihren Kindern zum Beispiel mal richtig was Schönes machen. Was Tolles herstellen und sagen, guck mal, wir machen mal einen richtig schönen Tag in der Küche. Und so verlieren zum Beispiel auch Kinder einfach die Angst vor der Küche. Denn meistens ist es ja so, speziell heutzutage, ich habe Kochsendung, Kochsendung, Kochsendung und alles muss professionell sein. Denn hier können Sie ganz langsam sich rantasten und sagen, so, ich habe ein Gerät, was mich definitiv nicht enttäuscht, was gut und sicher steht. Wir haben Anti-Rutsch-Füße drin, wir haben eine Kabelaufwicklung. Das heißt, selbst für die Kleinsten ist das Kabel nicht im Weg, sondern es steht gut, es steht sicher und alles ist gut. Hier kann ich Ihnen sagen, sollten Sie zugreifen, hier müssen Sie zugreifen. Und da sind Sie einfach mal immer auf der richtigen Seite. Denn, das wissen Sie, Rosenstein und Söhne ist ein Qualitätshersteller. Und wenn wir von Qualität reden, dann reden wir natürlich auch von Sicherheit. Und hier ist einfach mal an alles gedacht worden. Es rutscht nicht, es steht fest, es wackelt nicht. Und da bin ich einfach mal so auf der sicheren Seite, dass ich sagen kann, mit diesem Gerät bin ich immer Herr der Lage. Und ich kann immer sagen, rumdrehen, Teig wird gut verteilt, alles ist perfekt. Damit sind diese Waffeln möglich. Wir haben die Cake-Pops, die ich persönlich ganz, ganz toll finde. Denn, gucken Sie mal, da ist, macht doch, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie werden wieder mal ganz klein und stehen in der Küche und sowas können Sie machen. Das ist doch mal toll, das ist dekorativ, das sieht gut aus, das macht einen Heidenspaß. Natürlich haben wir auch einen Preis für Sie. Das heißt, unser 3 in 1 Donutmaker, Cake-Popmaker, also Schokolade am Stielmacher, der kostet natürlich auch was. Und zwar 37,91 Euro. Das ist, wenn Sie mal sehen, dass der mal 69,90 Euro gekostet hat, ist das mal gar nichts. Denn wir haben eine Preisersparnis von 46%, die wir Ihnen jetzt möglich machen können, in diesem Moment. Wenn Sie jetzt im Callcenter anrufen und sagen, okay, ich hätte gerne den Donutmaker, also diese kleine weiße Wundermaschine, die sowohl Cupcakes, Cake-Pops als auch Muffins machen kann und Mini-Donuts, sollten Sie zugreifen. 0,180, 51,51, dreimal die 2 ist die Nummer des Callcenters und da sollten Sie sich folgende Bestellnummer merken. Die NC 36,86 und die 569 und für 37,91 Euro. Dieses tolle Gerät ist einfach mal ein Oberknaller. Ich finde es schön, sieht toll aus, ist klein, ist kompakt. Und überlegen Sie mal, es ist natürlich jetzt noch warm, aber ich zeige es Ihnen mal, das Kabel einfach rausnehmen, 21, und schon können Sie es wunderbar verstauen. Das nimmt in der Küche nicht viel Platz weg, genauso wie unser Waffeleisen. Und ich pul da jetzt mal die Waffel raus und mache mal ein bisschen Puderzucker drauf. So, zack, so, Waffel ist fertig, Puderzucker, gucken Sie mal. Waffeln auch fertig und das sieht doch mal richtig toll aus. Also beide Geräte sind eine wirkliche Kaufempfehlung, rufen Sie an.